Hallihallo, hoffe ihr habt einen super Tag. Wir sind heute mit der AFC South, über die wir reden. Jaguars also drin, Colts sind drin, heißt unsere Reihenfolge ist auch fest. Nächstes Mal NFC South, unter anderem ja mit den Saints und Super Bowl Champion, den Buccaneers. Dann danach gehen wir in die, jetzt muss ich nochmal nachdenken, was fehlt, in die West. Das heißt, wir haben die AFC West als übernächstes und die NFC West als letztes. Alle anderen sind wir schon durch. Osten haben wir durch, Norden haben wir durch und jetzt gehen wir den Süden durch. Let's go! Wir fangen an in der Offense mit den Titans. Letztes Jahr die viertbeste Offense der Liga gehabt. Bei Abgängen sind Jonu Smith zu nennen, unter anderem Tight End, dann Wide Receiver Corey Davis und Wide Receiver Adam Humphreys. Können alle drei wehtun, sage ich erstmal dazu, bevor wir dazu kommen, wer sie ersetzt hat. Neu dazu gekommen, Offensive Tackle Kendall Lamb, Free Agent, dann Offensive Tackle Dylan Radins im Draft und Julio Jones natürlich. Das ist ganz witzig, ich habe ja schon mal gesagt, ich vergesse manchmal Trades und Retirements. Und ich hatte in dem Video, bevor ich nochmal alles durchgegangen bin, weil ich heute ein bisschen mehr Zeit hatte, jetzt keine Vorlesungsphase mehr oder sowas. Ich habe bestimmt trotzdem wen vergessen, wo ich das jetzt sage, aber ich hatte Phillip Rivers vergessen beim Retirement. Also es war logisch, aber ich habe ihn nicht aufgeschrieben gehabt. Und dann war ich bei den Transactions von den Titans und dachte so, ey, wen haben die denn eigentlich als Wide Receiver? Sind so viele? Oh, und dann ist es mir eingefallen gerade. Also ja, Julio Jones kommt natürlich dazu. Damit sollte der Wide Receiver Raum sich eigentlich verbessert haben. Corey Davis, ich glaube, der kann was machen bei seinem neuen Team jetzt, auch wenn er nicht so perfekt funktioniert hat, wie man sich das vielleicht gewünscht hat am Anfang bei den Titans. Adam Humphreys, unterschätzter Receiver, aber beide natürlich nicht ansatzweise auf einem Julio Jones Level. Das heißt, da hat man sich verbessert. Die O-Line außen verbessert nochmal, also die gehen ganz klar auf Stärke. Das heißt, sie wollen mit ihrer Offense dominieren, weil sich da in den Playoffs ja auch gezeigt hat, das ist genau die Art Offense, die man theoretisch in den Playoffs, historisch betrachtet zumindest, braucht. Einfach Clock Management, das heißt, wenn du deine Drives schön langziehen kannst, gibst du deiner Defense auch gut Pause außen. Du kontrollierst letztendlich die Uhr, nimmst viel Zeit runter und so weiter und so fort. Das ist eindeutig der Football, den die weiterhin spielen wollen werden, auch wenn Offensive Coordinator weg sind und so. Ich denke, vom Talent im Roster her ungefähr gleich geblieben, vielleicht einen Ticken verbessert, aber da würde man dann natürlich auch davon ausgehen, dass alle fit bleiben. Deswegen, die vier halten wäre schon sehr, sehr stark. Bei den Colts ging es letztes Jahr auch gut. Die waren die neuntbeste Offense. Denkt immer dran, ich gehe nach Punkten pro Spiel, nicht nach Yards. Abgänge sind hier natürlich die beiden Starting Quarterbacks vom letzten Jahr oder Starting Quarterback und Backup Nummer 1, nämlich Philip Rivers und Jacoby Brissett sind beide weg. Zusätzlich dazu Anthony Costanzo, der retired ist, Left Tackle. Und das kann natürlich wehtun. Dafür neu dazugekommen Offensive Tackle Eric Fischer, dann Carson Wentz, Quarterback logischerweise, auch wenn er gerade verletzt ist, müssen wir gucken, wann er wieder spielt. Und Offensive Tackle Julian Davenport. Carson Wentz sollte theoretisch ein Upgrade sein über Philip Rivers, zumindest über Philip Rivers vom letzten Jahr. Auf Offensive Tackle werden sie sich vermutlich verschlechtern. Eric Fischer muss auch erstmal wieder fit werden und so weiter. Und dann müssen die natürlich erstmal die Verletzungen am Anfang jetzt überleben. Die hatten ja bisher sehr viel Verletzungspech. Auch wenn es so klingt, als würde Carson Wentz zu Woche 1, 2 wieder fit sein in der Regular Season. Da ist sehr, sehr viel reingedeutet von mir. Also denkt jetzt nicht, ich habe da irgendwas gelesen oder so. Das ist nur, was ich vermute. Quentin Nelson kann vielleicht einen Ticken länger dauern. O-Line generell eigentlich eine Stärke der Codes. Müssen wir gucken, was dann passiert. Falls er ein bisschen ausfällt. Die haben noch mehr angeschlagene Leute in der O-Line. Wie gesagt, Costanzo retired. Aber dadurch, dass ich denke, dass Wentz nicht so spielen wird wie letztes Jahr. Sondern eher wieder wie davor. Ich denke, das Running Game wird nochmal einen Schritt nach vorne machen. Und da gehe ich eigentlich davon aus, dass die Offense vielleicht nochmal einen Ticken nach vorne pusht. Aber mit Verletzungen wird man halt gucken müssen. Wenn wir uns die Texans angucken, hatten die letztes Jahr die 19. beste Offense. Und ich habe bei Abgängen eigentlich nur Will Fuller aufgeschrieben. Und dann in Klammern des Sean Watson. Denn egal, wie jetzt die ganze Gerichtssituation ausgeht. Es sieht halt so aus, als würde er nicht mehr für die Texans spielen. Da trinkt der auch nicht richtig mit und sowas. Er ist so irgendwie ganz komisch da. Aber irgendwie nicht richtig da. Und dann in Zivilklamotten beim Training und so. Ganz, ganz komische Situation. Ich bin jetzt beim Ranking und so davon ausgegangen, dass er da nicht spielt. Auch wenn es natürlich schwer machbar ist. Wenn man noch nicht weiß, was in einem potenziellen Trade zurückkommen würde. Für den Fall, dass er wirklich noch vor der Saison getradet wird. Gut, angenommen es werden tatsächlich die Eagles. Dann würde man halt davon ausgehen, dass Jalen Hurts zurückkommt. Oder angenommen es wären wirklich die Panthers. Dann würde man davon ausgehen, dass Sam Darnold zurückkommt. Und das wäre dann immerhin noch besser als ein Backup-Quarterback, mit dem ich jetzt plane. Und da haben wir zwei bei den Neuzugängen. Und das ist einmal Terrell Taylor und dann Davis Mills im Draft. Und einer von den beiden. Denn ich muss sagen, Terrell Taylor ist kein schlechter Quarterback. Und der ist halt so ähnlich wie Will Fuller. Wenn wir nachher zu den Coaches kommen, werdet ihr sehen, dass der Offensive Coordinator bei den Texans einer von zwei Koordinatern in der gesamten Division ist, der geblieben ist. So, das heißt, die Offense wird sich nicht großartig verändern, trotz neuen Headcoaches. Und wenn du dann jemanden hast, der auf Quarterback so ähnlich spielen kann wie das Sean Watson, hilft das halt der Offense, weil du nicht viel umstellen musst. Für Davis Mills müsste man schon ein bisschen mehr umstellen. Philip Lindsay kommt neu dazu. Keine Ahnung, warum die Broncos hier nicht leiden konnten. Immer wenn er auf dem Feld war, war er meiner Meinung nach ziemlich gut. Mark Ingram kommt neu dazu. Haben wieder ein super Tandem, weil die verschiedene Sachen gut machen. Nico Collins im Draft auf jeden Fall im Auge behalten. Und Chris Conley als Wide Receiver. Ein bisschen Dark Horse-Kandidat, der vielleicht seine Karriere nochmal aufbaut. Aufleben lassen kann. Wir haben insgesamt höchstwahrscheinlich eine Verschlechterung, einfach dadurch, dass Sean Watson nicht da ist. Und Will Fuller tut halt auch weh, auch wenn er nicht mehr so oft gespielt hat in letzter Zeit mit den Verletzungen und so weiter. Philip Lindsay wird helfen. Nico Collins hoffe ich, dass er helfen wird. Aber insgesamt werden die sich höchstwahrscheinlich verschlechtern. Jaguars letztes Jahr die 30-beste Offense, das heißt die drittschlechteste Offense. Der Liga, ich glaube nur die beiden. New York-Teams waren schlechter, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Abgänge sind hier Keelan Cole auf Wide Receiver, Chris Conley, wie eben erwähnt, auf Wide Receiver und Didi Westbrook auf Wide Receiver. Es sind drei Wide Receiver-Abgänge. Dafür aber auch zum Beispiel Marvin Jones auf Wide Receiver dazugekommen von den Lions. Sehr unterschätzer Receiver. Nicht wirklich gut mit Separation, aber ein 50-50-Ball-Catcher. Jamal Agnew, weiß ich nicht, ob es clever wäre, ihn viel auf Wide Receiver einzusetzen. Ist primär ein Returner, aber theoretisch Wide Receiver. Umgeformt vom Cornerback in seiner Karriere und ist halt ein Speed-Monster. Tight End Chris Manhurts kam dazu, kann man sehen, wie man will. Carlos Hyde hat bei manchen noch einen Wert, sage ich mal. Und dann natürlich im Draft First-Overall-Pick Trevor Lawrence. Der wird das Ganze hochpushen. Running Back slash Wide Receiver Travis Etienne. Ich habe bei Madden, glaube ich, gesehen, als sie ihre Rookie-Ratings angeguckt haben, dass er da auch schon wieder als Wide Receiver geführt war. Also das verwirrt mich echt ein bisschen. Und dann noch Offensive Tackle Walker Little, die drei Letztgenannten sind. Alle Rookies werden höchstwahrscheinlich alle starten. Und gerade Trevor Lawrence sollte die Offense halt deutlich nach oben ziehen. Ich habe es schon häufiger gesagt, aber normalerweise ist man ja bei Rookies vorsichtig. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so sehr wie in den Jahren davor. Aber normalerweise ist man noch ein bisschen vorsichtig und sagt, ja, das Team war ja nicht ohne Grund so schlecht. Und wir können im ersten Jahr nicht so viel erwarten. Ich erwarte tatsächlich sehr, sehr viel von Trevor Lawrence. Und ich denke, die Offense sollte direkt einen riesigen Schritt nach vorne machen. Ranking der Offense, meiner Meinung nach, eine riesige Kluft zwischen 1 und 2 und dann 3 und 4. Und das wird auch häufiger so sein heute. Ich habe auf 1 die Titans, auf 2 die Codes, die Jaguars auf 3 und die Texans auf 4. Als ich vorhin Julio noch nicht aufgeschrieben hatte, da war ich sehr am Hin und Her überlegen. Ich habe gesagt, oh, vielleicht, wenn Wentz wirklich schnell wieder fit ist, wenn Quentin Nelson schnell wieder fit ist, dann vielleicht Codes über Titans. Dann ist mir Julio eingefallen. Ich dachte, ups, never mind. Titans sind vor den Codes meiner Meinung nach. Jaguars, Texans, Quarterbackfrage. Deswegen relativ eindeutig nochmal von hinten nach vorne. Houston Texans, Jacksonville Jaguars, Indianapolis Codes und Tennessee Titans in der Offense. Wir werfen Blick auf die Defense, fangen natürlich wieder an mit den Titans. Letztes Jahr die 24 beste Defense gewesen. Also schon ziemlich, ziemlich schlecht. Noch dazu relativ viele Abgänge. Dory Jackson ist weg auf Cornerback. Jadavion Clowney, auch wenn er nie so gut funktioniert, wie gehofft hat. Malcolm Butler, Cornerback. Desmond King, Cornerback. Der Appetrate kam. Defensive Tackle, Dequan Jones. Alle weg. Dafür auch einige Leute neu dazugekommen. Was ja prinzipiell nicht so schlimm ist. Wenn du eine verhältnismäßig schlechtere Defense hast, möchtest du natürlich, dass sich da viel ändert. Viele Spieler weg, viele neue Spieler her. So, und dann kannst du darauf hoffen, dass quasi durch dieses Austauschen sich deine Defense verbessert. So, Bart DePree ist neu dazugekommen von den Steelers als Adtrusher. Sehr, sehr starker Mann. Danico Autry kommt innerhalb der Division neu dazu. Jim Norris Jenkins auf Cornerback. Caleb Fahle im Draft auf Cornerback. Monty Rice, Linebacker aus Georgia. Wenn ich mich gerade nicht komplett am Leben vorbei rede. Auch der wird relativ schnell relativ viele Snaps sehen, meiner Meinung nach. Oder meiner Vermutung nach. Und dann Cornerback Slash Safety, wo auch immer sie ihn einsetzen werden. Elijah Bolden. Ich weiß hier ehrlich gesagt gar nichts. Ich kann mir das nicht sonderlich gut vorstellen, wie die einzelnen Spieler ersetzt werden. Man kann sagen, Caleb Fahle, wenn er so spielt wie prognostiziert, vermutlich ein Upgrade über Dory Jackson. Ist du Norris Jenkins ein Upgrade über Malcolm Butler und oder Desmond King, genauso wie Elijah Moden? Höchstwahrscheinlich erstmal nicht zumindest. Wird Dequan Jones ersetzt? Nein. Ist du Nico Autry oder Bart DePree ein Upgrade über Jadavian Clowney? Vermutlich. Aber müssen wir gucken. Ich kann mir vorstellen, dass es leicht nach oben geht. Aber ich glaube nicht, dass sie auf einmal jetzt aus dem Nichts eine Top 10 Defense sind nächstes Jahr. Bei den Colts. Apropos Top 10 Defense. Sie waren letztes Jahr die 10. beste Defense. Danico Autry ist weg. Habe ich drüber geredet. Gerade innerhalb der Division zu den Titans gegangen. Und Linebacker Anthony Walker Jr. ist weg. Neu dazugekommen dafür. Defensive Tackle Isaac Rochelle. Dann im Draft erste Runde Quitty Pay. Und dann später im Draft Day O'Dayenbo. Also zwei Defensive Ends, die relativ viel Spielzeit sehen sollten. Colts generell sehr, sehr viele junge Defensive Ends. Die alle davon profitieren sollten, dass in der Mitte davon DeForest Buckner steht. Der einer der unterschätztesten Defensive Line-Spieler der NFL ist meiner Meinung nach. Colts Defense sehe ich auch nicht großartig sich bewegen. Denn ich hätte theoretisch gesagt, vielleicht haben sie sich einen Ticken verbessert. Aber je besser deine Defense ist, umso schwerer ist es, den Standard zu halten. Weil Teams von hinten halt immer nachrücken und sowas. Ich weiß nicht, ob das ganz ersichtlich ist, was ich damit meine. Aber wenn sie die 10 halten können, sollten sie da meiner Meinung nach mit zufrieden sein. Wir haben die Texans. Letztes Jahr die 27. beste Defense. Also auch schon ganz schön schlecht. Abgänge. J.J. Watt ist weg. Der gefühlt einer der gehyptesten Spieler meiner aktiven Schauzeit zumindest ist. Schauzeit ist kein Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Dafür sehr, sehr viele neue Leute dazugekommen. Outside-Linebacker Kevin Pierre-Lewis kam dazu. Cornerback Terrence Mitchell kam dazu. Outside-Linebacker Jordan Jenkins. Dann Cornerback Desmond King. Auch wieder innerhalb der Division gewechselt. Christian Kirksey und Kamil Grusier-Hill auf Linebacker jeweils. Also da wurde sehr, sehr viel in eher unter dem Radarspieler investiert. Wenn ein, zwei davon vielleicht eine Breakout-Season haben, dann könnte das auf jeden Fall nach oben gehen. Insgesamt denke ich, die Defense sollte sich auf jeden Fall verbessern, wenn auch nicht deutlich. Die Jaguars waren letztes Jahr die 31. beste Defense. Also die drittschlechteste Offense und die zweitschlechteste Defense. Da weiß man auch, warum sie am Ende so weit oben waren im Draft. Al Woods ist weggegangen. Glaubt nicht, dass das sonderlich wehtun wird. Ist ja auch schon eher am Ende seiner Karriere neu dazugekommen. Shaquille Griffin, einer der besten Cornerbacks oder zumindest bestbezahlten Cornerbacks in der Free Agent-Klasse jetzt. Dann Safety Rayshon Jenkins zusammen mit Safety Andre Sisco im Draft und Jonathan Ford nicht im Draft. Cornerback Tyson Campbell kam im Draft. Und Defensive Tackle Robertson Harris. Entweder von den Bears oder über Zwischenstationen von den Bears. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber das ist auch eher ein Spieler, den du vermutlich mal reinrotierst, der jetzt nicht unbedingt der Star-Interior-D-Liner ist. Meiner Meinung nach zumindest. Ich habe hohe Hoffnung in Tyson Campbell und Andre Sisco. Beziehungsweise Tyson Campbell nicht wirklich hohe Hoffnung. Aber ich nehme an, er wird sehr viel Spielzeit sammeln können im ersten Jahr. Und wird da auch Zeit haben, sich zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass er direkt am Anfang Shutdown-Corner sein muss. Die hohen Erwartungen sind dann vermutlich eher auf Shaquille Griffin. Wenn man auf 31 ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit alleine, sich zu verbessern, schon deutlich größer als sich zu verschlechtern. Weil es halt nur einen Spot gibt, sich zu verschlechtern. Und dafür musst du dich auch extrem dusselig anstellen. Weil es bestimmt mehrere Defenses geben wird, die dieses Jahr richtig abstürzen. Vielleicht auch wegen Verletzungen, wer weiß. Aber ich denke, die Jaguars werden sich auch hier deutlich verbessern. Insgesamt mein Defense Rating ist so ähnlich wie das Offense Rating. Nur zwei Teams sind vertauscht. Ich habe die Colts auf 1, dann die Titans auf 2, die Jaguars auf 3 und die Texans auf 4. Ich glaube, das wird relativ gut verteilt sein. Also ich glaube, du wirst da einen Top-10-Defense drin haben mit den Colts. Und vermutlich eine, die sich im unteren Viertel bewegen wird mit den Texans. Also insgesamt hier eine gute Spanne. Kleinere Lücken dazwischen, da habe ich nicht großartig lange überlegt. Die Reihenfolge stand für mich fest. Man könnte darüber nachdenken, ob man Texans und Jaguars tauscht. Aber ich denke, die Jaguars machen einen dickeren Schritt nach vorne als die Texans. Wir kommen zum Coaching. Und ich habe es vorhin gesagt, obwohl wir nur, sage ich mal, zwei neue Headcoaches haben in der Division, haben wir trotzdem nur zwei Coordinator insgesamt, die bleiben. Sehr, sehr viel Turnover innerhalb der Division. Bei den Titans ist nach wie vor Headcoach Mike Vrabel. Ich glaube, den liebt man oder hasst man. Ich habe immer so meine Phasen. Ich habe Interviews, da finde ich den super cool. Und dann finde ich den mega arrogant, die ganze Sache, wie er letztes Jahr mit Harbour und den Ravens umgegangen ist, in dem Regular Season Spiel, fand ich uncool. Und seitdem ist er mir ein bisschen unsympathisch. Aber als Coach kann man ihm momentan nicht wirklich viel, also nicht wirklich sagen, dass er irgendwas großartig falsch gemacht hat. Bisher zumindest als Headcoach. Neuer Offensive Coordinator, weil der andere ja einen Headcoaching-Job gekriegt hat, ist jetzt Todd Downing. Der war vorher der Titan-Coach bei den Titans, also innerhalb der Organisation befördert worden. Und Defensive Coordinator, auch ein neuer, das ist Shane Bowen. Der war vorher der Outside-Linebacker-Coach. Also auch da innerhalb der eigenen Reihen befördert worden. Beide schwer einzuschätzen für mich, weil Position-Coaches immer so ein Ding sind, da kann ich meistens nicht wirklich viel zu sagen. Oder wenn, dann nur sekundär von wegen, oh, ich habe das und das gelesen. Das und das könnte passieren. Nicht von wegen, das ist meine eigene Meinung über den. Coach, Headcoach nach wie vor Frank Reich, habe ich sehr unterschätzt damals, als er zu den Coach gekommen ist. Ihr wisst ja, eigentlich sollte da jemand anders und dann musste er da kurzfristig einspringen, hat einen super Job gemacht seitdem. Neuer Offensive Coordinator ist Marcus Brady, war vorher der Quarterback-Coach. Und der Defensive Coordinator ist einer von den zwei in der Division, der bleibt. Also nach wie vor Matt Iberflues starken Job gemacht die letzten Jahre. Bei den Texans, neuer Headcoach David Culler, ich habe schon häufiger darüber geredet, der war vorher der Ravens Assistant Headcoach und Wide Receiver Coach und Passing Game Coordinator. Aber es fühlt sich wirklich sehr so an, als hätten sie jemanden gesucht, den man in ein, zwei Jahren wieder rauswerfen kann für einen attraktiveren Headcoach, der dann kommt, wenn die Situation günstiger ist. Es wirkt tatsächlich so, als würden sie dieses Jahr ein bisschen abschreiben und einfach sagen, das Jahr wird vermutlich nichts. Wir haben hier nicht so große Ambitionen, vielleicht kann man während der Saison noch ein, zwei gute Spieler wegtraden oder sowas. Wir haben dann unseren Headcoach, an dem wir nicht sonderlich hängen, den können wir rauswerfen, sobald es wieder besser aussieht für uns. Das heißt, sobald wir vielleicht ein, zwei junge Starspieler und ein paar Picks im Draft haben, sowas in der Richtung, es wirkt wirklich ein bisschen wie so ein, wie heißt das, heißt das Opferlamm? Ne, Scapegoat ist es im Englischen. Also jemand, den du quasi suchst, um ihn hinstellen zu können und ihm die Schuld zuschieben zu können. So wirkt das ein bisschen für mich. Offensive Coordinator bleibt Tim Kelly, das ist der eine, über den ich vorhin schon geredet habe, dass deswegen die Offense so bleibt, wie sie für The Sean Watson passt. Und Defensive Coordinator ist einer meiner absoluten Lieblingscoaches, seit Jahren schon, Lovie Smith. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, viele von euch vermutlich nicht, gerade wenn ihr euch nicht mit College Football beschäftigt. Der war die letzten Jahre Head Coach bei Illinois und gefühlt jedes Interview von dem so krass, sowohl footballtechnisch ein super Typ, als auch einfach, ist ein bisschen, keine Ahnung, zu inflationär benutztes Wort, aber einfach wirklich cool. So, wenn man, wenn man sich ein Interview von dem anguckt, dann denkt man, Alter, was für ein, was für ein cooler Typ. Ähm, super sympathisch, absolut hoher Football-IQ, ich fand es super, was er bei Illinois gemacht hat, ist ein herber Verlust für die, aber für die Texans ist es ein richtig, richtig guter Get. Ähm, also da wäre ich echt happy drüber als Texans, äh, Fan und selbst wenn David Culley irgendwann rausgeworfen wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Lovie Smith, äh, Smith da noch bleibt. Mal gucken, was er mit dem Roster anstellen kann, aber, pff, großer Fan von dem. Jaguars neue Head Coach Urban Meyer war zuletzt nicht wirklich aktiv, bisschen im Fernsehen vorher, Ohio State Head Coach, ähm, davor auch bei Florida zum Beispiel schon Head Coach, also vielleicht bin ich da ein Ticken parteiisch. Man kann menschlich von ihm halten, was man will, viele Leute mögen ihn überhaupt nicht, ich zum Beispiel auch, aber als Coach kann man nicht wirklich viel sagen. Als Coach hat er überall, wo er hingekommen ist, Erfolg gehabt. College ist allerdings was ganz anderes als NFL. NFL redest du letztendlich mit einem Raum von Millionären. Im College redest du mit einem Raum von Leuten, die alle nicht Angst vor dir haben, aber die alle extremst auf dich angewiesen sind. Also selbst die Starspieler. Und in der NFL ist dann alles ein bisschen verschoben, ähm, du kannst nicht recruiten, das heißt, du musst quasi scouten, du musst die ganze Player Acquisition, also wie Spieler zu dir kommen, musst du ganz anders angehen. Ähm, ansonsten vom Football-Part her ist es natürlich gleich, aber im College war er halt auch sehr gut, weil er gut Disziplin reinbringen konnte. Ja, ich weiß, Florida-Team, aber weil er bei Ohio State zumindest gut Disziplin reinbringen konnte oder On-Field-Disziplin zumindest und weil er ein guter Recruiter war. Mal gucken, wie das Ganze jetzt übersetzt wird zur NFL. Neuer Offensive Coordinator ist der Darryl Bevel, der war zuletzt Lions Offensive Coordinator, deswegen kenne ich mich da natürlich ein bisschen aus. Und auch Interim-Side-Coach, nachdem Matt Patricia weg ist, sympathischer Typ, Offense, ich fand sie nie wirklich richtig geil, aber ich hatte auch nie wirklich krass was dagegen. Ähm, und ich glaube bei Coordinator, die von einem weggehen, in der Zeit, in der man nicht so erfolgreich war, da hat man tendenziell immer eher nochmal was dagegen. Ähm, deswegen ist es vermutlich ein positives Zeichen, dass ich jetzt nicht sage, äh, Darryl Bevel hat überhaupt keine Ahnung. Es waren ein paar Playcords, die wiederholt aufgetreten sind, ein paar Muster, wo es mir ein bisschen zu konservativ war, da weiß ich aber nicht, kam das von ihm oder von Patricia, was auch immer. Neuer Defensive Coordinator ist Joe Cullen, der war vorher der Ravens Defensive Line Coach, Coach? Das ist gerade passiert, weil ich Coordinator sagen wollte und dann dachte ich, ne, Defensive Line Coordinator gibt's nicht und deswegen wollte ich auf Coach noch umschwenken, aber da war Core schon drin, deswegen war es nicht Coach. Also, ihr wisst, was ich meine, Defensive Line Coach, ähm, kann ich euch leider nicht viel zu sagen. Mein Ranking, wenn wir uns die Coaches angucken, ich habe auf 1 die Colts, auf 2 die Titans, auf 3 die Jaguars und auf 4 die Texans. Hier natürlich auch wieder eine Riesenlücke, denn wir haben zwei sehr, sehr erfolgreiche und gute Headcoaches, auch die beiden noch nicht so lange in der Division sind, aber Frank Reich hat mit den Colts sehr, sehr gute Sachen gemacht. Ähm, Mike Vrabel auch gerade in Richtung Playoffs, sehr, sehr stark gespielt häufig. Allerdings habe ich mich aufgrund von Matt Eberfluss, weil ich ihn kenne und weil ich die Defense mag, dann für die Colts entschieden ist, aber auch eine, das hätte man genau andersrum sagen können, da wäre ich keinem böse oder würde nicht da irgendwie mangelndes Wissen unterstellen. Bei Jaguars und Texans habe ich erst, ich wollte erst Lovey Smith quasi sehr, sehr auf die Waage legen und sagen, okay, deswegen sind die Texans für mich vorne. Dann habe ich aber gedacht, okay, Headcoach ist vermutlich wichtiger und noch dazu glaube ich halt echt, dass Daryl Bevel nicht schlecht ist als Offensive Coordinator und deswegen habe ich mich dann für die Jaguars auf 3 entschieden, die Texans auf 4, die Colts auf 1 und die Titans auf 2. Wir gucken uns insgesamt das Ranking an und wer die jetzt ein bisschen mitverfolgt hat, hat gemerkt, dass Defense und Offense natürlich verschieden waren, nur auf der einen Position auf 1 und 2 und dass Defense genau das gleiche war wie das Coaches Ranking. Und damit ist das insgesamte Ranking natürlich auch nochmal genauso, heißt wir haben die Colts auf 1, die Titans auf 2, die Jaguars auf 3 und die Texans auf 4. Ich würde sagen, Colts und Titans sind sehr, sehr eng beieinander, dann ist eine ziemliche Lücke zu den Jaguars und dann ist vermutlich nochmal eine ziemliche Lücke zu den Texans. Wir werden sehen, wo das Ganze hinführt. Man kann jetzt allerdings auch, wenn man Titans-Coach, äh Coach genau, falls Mike Raby hier zuguckt, wenn man Titans-Fan ist und sagt, uh, das ist ärgerlich. Also ich weiß, die meisten von euch werden in dem Fall jetzt sowieso sagen, ich bin Titans-Fan, JD hat keine Ahnung, die Titans müssen auf 1. Aber falls ihr eher von der anderen Sorte seid, in der sagt, uh, nee, JD hat die auf 2, jetzt komme ich auch bis hin ins Denken. Macht euch keinen Kopf, denn ich bin, obwohl ich theoretisch nicht wirklich was gegen die Titans habe, gefühlt unterschätze ich die sehr, sehr häufig. Und obwohl ich gar nicht wirklich pro Colts bin, überschätze ich die häufig. Also es kann sein, dass das genau switcht, weil ich das eine Team überschätze, das andere unterschätze, deswegen macht euch da nichts draus. Und wie gesagt, ich glaube, die sind sehr, sehr eng. Auf 1 habe ich die Colts, auf 2 habe ich die Titans, auf 3 habe ich die Jaguars und auf 4 habe ich die Houston Texans. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr den Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.